Doch. Ich geb dir gleich einen Amorbrus Rucksack. Als Gegner töten, den kriegen wir Rucksack, ne? Der Wave ist scheiße, die hat keinen Wallhack. Schade. Ein Gegner hier drinnen? Nee. Schick weg. Genockt. Bin besser. Da. Wie viele sind hier drinnen? Das habe ich nur einen gesehen. Ich bin noch irgendwie keine Gegner oder so. Oh, der ist low. Hab ihn. Bin stolz auf dich, Erik. Nicht einen angeschossen, aber hoffentlich gut. Wie er nichts gemacht hat. Stimmt. Ich sollte aufhören damit. Ich bin... Eigentlich ist Erik der böse. Erik. Was ist der mit dir? Ich bin der Mater, der die Kills abstaubt. Nee, das ist Erik. Erik hat ihn abgestaubt. Ich bin low gemacht. Hast du gesagt, der ist low. Ich bin reingegangen. Ich weiß nicht, warum hast du ihn jetzt gestealt? Check ich nicht. Ja, natürlich auch nicht. Ich hab ihn ja gestealt. Nein, gar nicht. Erik, wie viel damit hast du? Äh, 50. Wie so? Gar kein. Ich kann nicht einen Schaden machen. Siehst du, dass es Björn der die gestealt hat. Ich hab aber keinen Kill, Erik. Hm, jetzt schon. Hä? Digga. Wenn man nicht mehr argumentieren kann. Ich kann argumentieren. Alter. Genauso gut wie Sarah, halt. Na, dann soll ich mir gut argumentieren. Das kann ich auch gut argumentieren. Nein, kann ihn nicht, Digga. Ich bin Sarah doch, natürlich. Überleg doch mal. Warte mal, Erik, hast du gerade freiwillig gesagt, dass du Sarah bist? Was? Nein. Erik, ich hab Clips an. Jibbi.